Das Catchen am Wiener Heumarkt war ja immer eine der Attraktionen der Nachkriegszeit und ist bis in die 90er Jahre eigentlich fortgeführt worden und jetzt 15 Jahre später geht dieses Ringen wieder los, jetzt allerdings zur Frage, ob man dort ein Hotelprojekt errichten darf oder nicht. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Niedower von der Umweltrechtskanzlei Niedower und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz und dort am Heumarkt geht es ja darum, das alte hässliche Interkontinentalhotel wegzugeben und stattdessen ein neues Bürogebäude mit Wohnturm hinzugeben und diese Frage ist jetzt schon vor den Gerichten erörtert worden. Zunächst hat einmal die Wiener Landesregierung als UVB-Behörde gesagt, das ist nicht UVB-pflichtig, das ist kein Städtebauvorhaben. Dann ist das Ganze zum Bundesverwaltungsgericht gekommen, das hat schon 2019 dann gesagt, naja, in Direktanwendung der EU-Richtlinie ist das doch UVB-pflichtig. Warum? Weil die Wiener Innenstadt betroffen ist als UNESCO-Weltkulturerbe und das hätte man im UVB-Gesetz mit berücksichtigen müssen, hat man aber nicht, deswegen in Direktanwendung der EU-Richtlinie UVB-pflicht. Relevant war hier sozusagen der Canaletto-Blick, das ist ein Bild aus dem 18. Jahrhundert vom Belvedere auf die Wiener Innenstadt und in diesem Bild ist natürlich weder das Interkontinental drauf und schon gar nicht das neue Heumarkt-Projekt. Der Schlüssel war aber und deswegen hat das Bundesverwaltungsgericht oder war das Bundesverwaltungsgericht letztlich nicht erfolgreich, dass vor Entscheidung des BVWG der Antragsteller schon seinen UVB-Feststellungsantrag zurückgezogen hatte und der Verwaltungsgerichtshof hat dann später, nämlich am 25.06.2021 gesagt, wenn der UVB-Antrag zurückgezogen worden ist, dann gibt es auch keine Entscheidungsbefugnis des BVWG mehr. Damit ist die Sache zurückgegangen zur Baubehörde, die sollte selber entscheiden, ob jetzt sie zuständig ist oder ob das ganze UVB-pflichtig ist, hat nicht entschieden. Insofern ist es dann gewandert zum Landesverwaltungsgericht Wien und das Landesverwaltungsgericht Wien hat gesagt, jetzt frage ich erst recht wieder den europäischen Gerichtshof, ob dieses Projekt jetzt UVB-pflichtig ist oder nicht. Und bei diesen Fragen an den europäischen Gerichtshof werden jetzt die Kernpunkte des UVB-Gesetzes in Frage gestellt. Sind die Schwellenwerte im UVB-Gesetz zulässig? Ist der Kumulierungstatbestand zulässig? Hätte man nicht das UNESCO-Weltkulturerbe berücksichtigen müssen? Und vor allem darf ich als Baubehörde ohne Beiziehung der Öffentlichkeit über die UVB-Pflicht entscheiden und es wird ganz spannend, was da jetzt beim EuGH herauskommen wird.